Das waren mal drei Quests in relativ kurzer Zeit. Vier. Vier? Ja. Die Schreiber, sein Bein, die Windblumen und... Ach warte, wir können vier abgeben. Das hab ich grad nochmal nachgeguckt. Ah stimmt, dass das hier das Auto, das Catch-a-Ride, das müssen wir abgeben und dann kriegen wir erst die Quest, wo wir Bohnen töten müssen. Ach so. Hä, müssen wir das nicht auch bei TKBH abgeben? Ne, das ist das Auto-Typie. Wegen der Storyline, who's to's. Storyline, die so gut erzählt ist in diesem Spiel. Oh ja, der Bauernfuzzi hat dem das gedönnt geklaut und wir müssen's zurückholen. Ja, ja, ja. Na, kennt man ja. So, jetzt erstmal zu TK und TKBHs abgeben. Du kennst ja die epischen Quests von WoW. Äh, der hat mich beleidigt. Du, geh hin und tötet selbst seine Anhänger und äh, bringe mir zum Beweis zwölfter Pfoten. Ja, nach dem Motto. Mülltonnen aufmachen, ist was drin? Och, schade. Äh, Zero, Crest abgeben. Huiiii, das war schon viel, äh, Fouls-Punkte. Nein, ich bin Level Up. Ich auch. Äh. Äh, Skillpunkt, Sub. Und, wir dürften, oder ich, weiß nicht, ich schon gut, durften neue Waffe. Oh, ein Snapper. Und TK's Wave, die Waffe, die Schatten ist so gut, Mann. Okay, äh. Hab ich das auch gekriegt? Hey, TK's Wave hab ich auch gekriegt. Nur kurz Verbleib. Hey, TK die Welle, alter. 50 Schaden, Mike kriegt Treffer. 9x18. Das ist mal, ah, okay, meine jetzige macht 20x12. Mhm. Aber, hast du schon mal mit der geschossen? Ja, ja, die macht so eine coole Welle. Ich, ich find die so cool. Warte, jetzt kann ich auch mal schnell zeigen. Äh, einfach nur zur Demonstration. Aua. Das Geile ist halt, die Dinger prallen ab, das finde ich so stylisch. Das ist halt richtig Stil, aber, naja, wirklich gut ist die nicht. Näh, die ist, sowas ist halt geil, wenn du in einen engen Raum reingehst, wo wir so fünf Gegner drin sind. Ja, aber das ist definitiv, wenn ich... Hm, gut, okay, die Skeks geben nicht mal mehr LP. Hast du hier dieses Snipergewehr auch gekriegt? Jop. Okay, ist das besser oder schlechter als dein jetziges? Also schlechter als meins. So, jetzt, äh, Catch-a-Ride fertig machen. Ja, jetzt müssen wir Born töten. Gibt's denn nichts, was wir noch... Lass mal nochmal ans schwarze Brett... Doch, ich bin der Meinung, dass es... Äh, warum sind wir hier? Ja, müssen wir zum schwarzen Brett von Firestone. Ach, wie ich wusste. Ach, ich wusste nicht mehr. Aber ich fürchte, wir können auch keine neuen Quests mehr abnehmen, sondern nur die abgeben. Ach, Spaß ist nicht. Und, geht's? Das war's. Gut, äh, probieren wir's? Ja, was willst du machen? Oh, da kommt ein kleiner Krüppel. Auf Griden hab ich definitiv keinen Bock mehr. Verständlich. Äh, hier ist viel, ähm, Pistolen, Munition gedöhnt. Ja, ich hab jetzt schon voll. Und Getears. Achso, du hast schon voll. Hm. Ich bin schon mal auf dem Weg in Richtung. Bauen, ich töte mal die... Ich hol mir noch... Ich hol mir noch ein Upgrade für Combat Rifle. Na, ich hab schon alles voll. Also alles, was ich brauch. Und hol mir dann noch ein bisschen Munition für Combat Rifle. Logischerweise. Hm, das könnte das erste Mal sein, dass wir sterben in diesem Spiel. Das wird mit Sicherheit das erste Mal, dass wir in diesem Spiel sterben, weil der Typ... Also es gibt einen Trick bei dem Typ, weißt du das? Ich weiß es nicht. Welchen? Ähm, rechts steht so ein Fass. So ein blaues oder grünes, keine Ahnung. Und wenn der Typ neben... Also wenn da Bone-Head neben dran steht und du das Fass zerstießt, dann wird er mit dem besprenkelt und dann verschwindet sein ganzes Schild. Hm, ja, das ist aber normal. Die Fässer machen ja Explosionsschaden halt. Ja, ja. Ja, ja, klar. Sub, sub, sub. Ich bin schon mal... Sniper-Position. Ah, der ist weg von mir. Oh boy, Moment. Ich hab grad mal Besuch gekriegt. So. Schuka, da. Jo, jo, was war dann jetzt? Äh, ja, äh, mein Schwester und so. Real Life und so. My Real Life, Alter. Oh, hardcore. Wollen wir die Fässer schießen oder meinst, das reicht nicht aus? Äh, ich glaub, das ist doch nicht so. Ich bin nicht so weit weg. Soll ich einfach mit dem Hedgehardt anfangen? Na, wozu viel das? Wow. Das war ein Treffer. Wir haben dich im Fokus, ne? Ja, ja. Ich kann mich ja hier hinten einfach hinsetzen. Jetzt fokussen sie mich. Jetzt musstest du wieder reinballern. Ui. Irgendwas ist hier gerade bei mir. Ja, ich auch nicht. Na, mein Bauern ist relativ low. Ah, nur noch 37. Oh, oh, oh. Ich hab nur 33 Leben ohne Schild. Ich auch. 116, aber. Boah. Boah, noch 24, 11, Mann. Oh, oh, fuck. Ich komme. Ah. Hallo? Ich hänge halt. Direkt hinter der Mauer, so dass ich nicht vorschießen kann. So, ich belebe dich wieder. Jo, jo, TRX. Da nicht für. Das Problem ist, dass der jetzt wieder ordentlich schildert. Oh, das geht aber weg wie nix. Lol, der ist fast tot. Mhm. Hä? Der war doch voll schwer und der ist auch mal einfach Level 11. Ja, er ist tot, sehr schön. Okay, der Gegner hatte ich definitiv schwerer. Der war eigentlich auch schwerer. Weil hier haben wir einen guten Schaden gemacht. Mhm. Irgendwie so. Na gut, der ist tot. Ah, da entnehmt noch einer. Wo ist der? Da ist er. Okay. Komm. Ah, da ist eine Granate. Oh, fuck. Na, komm her. Boom, Headshot. Oh, kacke, der lebt noch. Ich mach mir hier schon mal so ein bisschen auf. Oh, närzt mich nicht. Der Aufstieg wird rot. Oh, kacke, schild. Spürt mal? Bier schreit. Gammelschild, Geld. Wirst du den Shredder oder soll ich den nehmen? Ich muss mich mal angucken, aber ich normalerweise brauche... Nee, Katze haben. Könnte Christian gebrauchen, aber der spielt ja nicht mehr. Naja, und Head, der Dieb. Und jede Menge Kohle, ja. Und hier liegt noch... Was liegt denn hier noch schön aus? Hier liegt noch eine SMG. Oh, nirgst auch kacke. Warte, war hier drin nicht noch irgendwo eine Waffenkiste oder so? Wo wir auch Waffen kriegen? Hm, ich glaub, die ist hier. Irgendwo lag hier eine, ja, da hast du recht. Hm, ich weiß nicht genau. Müssen wir halt mal ein bisschen durchgucken. Ist halt die Frage, soll ich den Shredder nehmen oder soll ich meine Pistole behalten? Pff, dann muss sie eventuell auch durchswitchen, je nach Gegner. Hm, na. Ich kann leider noch keine drei Waffen ausrüsten. Kommt auch bald, oder? Hm, müsste eigentlich. Ich weiß gerade nicht, welches Level das ist, aber... Schon nicht. Hä, hast du die Waffenkiste gefunden? Nö. Hm, egal. Hm, ja, Wayne. Quest abgeben, Level abgeben. Jo, definitiv. Level 10, Mann. Was geht? Warum bin ich jetzt auch wieder so nah, aber ich verstehe es nicht, wo das war. So, da kam einfach mal voll über die Bande gesprungen da. Sehr kleine kommt darüber, und das nicht. Och, komm schon, Kollege Schnellschuh. So. So, Quest abgeben, sehr schön. Richtig. Och, ja. Also, das war echt leichter, als ich dachte, ich dachte, wir sterben. Ja, du bist ja auch gestorben, aber aha. Ja, ich bin so ein epic Hitler-Win. Willst du fahren, oder soll ich? Fall, du. Warten, erstmals Guildpunkt. Mhm. So, so. Äh, du kriegst... Das ist ein Rocket Launcher, ich will ein rotes Auto, Vater generieren. Rosa! Oh Gott. Oh gut, wie er ist, den aus zum Fahren? Äh, für den Nachbrenner, jawohl. Weee. Oh Gott, das ist die Steuerung, oh jawohl. Was machst du denn du da? Ich häng. Ah, also das zweite. Lass mich fahren, Alter, du hast es nicht drauf. Du bist du, also das ist, das ich fahr. Ja, der hängt. Das ist halt Führerschein, äh, Führerschein mit 17 und so. Das kann ich dafür, wenn der auf dieser scheiß Leitplanke hängt. Aber die Steuerung ist echt ein bisschen hart, weil die Kamera, äh, relativ empfindlich ist. Schau mal her. Auf, hau rein. So, ich zeig jetzt mal den richtigen Wagen. Ähm, Rocket Launcher, Fahrzeug generieren. Steige ein. Ach, ich muss ja jetzt. Moment, Moment. Da du ihn jetzt ver... Ja, so. Äh? Ach, jetzt haben wir zwei, auch gut. Fahr einfach.